Mit Gunst und Verlauben, Meister Gesellen und Ehrer Loll. Nach schwerer Arbeit ist das Deckenfest holt. Ich glaube, dass wir in diesen 18 Monaten Bauzeit relativ viel geschafft haben. Es ist eine große Bereicherung für den Standort, für die HafenCity, für Deutschland und für Europa. Also heute ein toller Meilenstein erreicht. Euch allen ist wirklich erstmal ein fantastischer Dank gewidmet. 1475 Bauarbeiter, 6500 Quadratmeter. UWS Digital Art Museum, der Standort für digitale Kunst. UWS Digital Art Museum, der Standort für digitale Kunst. UWS Digital Art Museum, der Standort für digitale Kunst.